Das Gas meiden, schnell in die Sicherheitszone. Das Gas meiden, schnell in die Sicherheitszone, schnell in die Sicherheitszone. Das Gas meiden, schnell in die Sicherheitszone, schnell in die Sicherheitszone. Das Gas meiden, schnell in die Sicherheitszone, schnell in die Sicherheitszone. Das Gas meiden, 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 schnell in die Sicherheitszone. Ich hoffe, dass wir schon mal etwas aussehören können. Wäre vielleicht die Idee dahinter? der zweite kann mich die ganze zeit erhatzen oder was das kann es jetzt aber nicht sein ich bin draußen und das gibt es durch du kommst durch kommt noch was ich weiß den habe ich ein visier gehabt bis du geschossen hast durch die türen verschwinden die kräftige variante dann gehen wir ja da der snapper ist wieder eng türen anders ich habe immer ein snapper ich habe mich nicht erlebt was in der nähe 3 stück die sind aber gegeneinander die kann man vorausschauen die sind bei den drinnen einer hinter mir Das ist gut, man. Wird gehockt auch noch, oder? WTF? Ha? Dein Teammitglied ist erledigt und kehrt zur Basis zurück. Der Sieg ruht auf deinen Schultern. Beende die Mission. Ich habe eine Vorratsstation markiert. Feindliche Drohne über uns. Wer ist hier? Wer ist hier? Der Weg gerade hier rein, weil das ist erst verkauft worden. Der Weg gerade hier rein. Der Weg gerade hier rein. Das? Das ist der Weg zu konst. Was der hier? Ausrüstungslieferung ist unterwegs Das Gas breitet sich aus, Sicherheitszone wird verlegt Feindliche Drohne über uns Du hast es geschafft? Was? Er lebt, der eine lebt, ich weiß wo er ist Aber die Zone ist nicht fertig Nein, ist es noch nicht Was ist dein Mann aus? AHHHHHHHHH Wo? Hinten längst, wo ich dein Ausrüstungslieferung Keine Ahnung, ich hab den Keine Ahnung, ich hab den Aufstehen, Anfall Wir müssen den angrasen und überleben Wir müssen den angrasen und überleben Uhhh Von mir ist schon nicht vorbei Was? Von mir ist schon nicht vorbei, ich bin ja gestorben Was du das meinst? Oh, vom Turm Vom Turm? Ja Was für ein Turm? Weiß dir den Mobilfunkturm Fick's Anerkauer Weiß ich nicht Verwündete Drohne in der Hellung Du verlierst deinen Boden Jetzt muss das Da hinten ist an der Kopf drin Nein, noch nicht Die Ausrüstungslieferung ist unterwegs Die Ausrüstungslieferung ist unterwegs Du hast das Was ist das? Weiß ich die Drohne über uns Äh, da Schraubflinte, Stohle Wo sind wir? Wo sind wir? jetzt was nicht tun wollen wenn sie ein ohr späßen das sage ich da da tut sich was aufpassen ikw ist ok du kannst mich ausschießen obwohl ich dich nicht sehe da kommt nur irgendeine, weil der wird gefuckt der fahrt zur PlayStation aber der schaut besser aus ah der fahrt weiter oh der Maasen weil in dem Moment habe ich ein Visier gehabt und der knüpft sich nieder dumm ist ruhig da oben und wie immer kann oben wissen komm zu dir rüber komm zu dir rüber komm zu dir rüber und du rennst weg und gibts keine Deckung nicht und gibts keine Deckung nicht und gibts keine Deckung nicht wir müssen nur diese eine beschießende Zahnnis übernehmen eh nie die 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Bist du deppert? Bist du deppert? Bist du deppert? Bist du eh? Ja Wie heißt die? Warum? Was hast du denn? Warum bist du so gut? Was heißt gut? Was ist schlecht eigentlich? Eigentlich bist du das Und Päler Eigentlich sieht das noch besser gehen Eigentlich sieht das besser gehen Eigentlich sieht das besser gehen Ja vor dir Du bist so raus Ist aber was gehofft Dann liegen da socken Gasmasker hier Wenn sie hier kommst Einer weiß auf jeden Fall Ich bin am Dach Jungen Bei uns ist Kausland Ja Das Gas verbreitet sich Schnell in die neue Sicherheit Wollt einer direkt oben Hier ist ein bisschen über rechts Langsam nicht hier Das ist nach Erst Aufpassen wenn du das Viech nicht überfährt Du kriegst den Terrorismus noch Da tut sich was Aber es ist In der Nähe sicher noch einer Die weindliche Drohne über uns Na jetzt wird's mal verjagt 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 Der Verkehr ist an Boden Da ist ein Geschütz Da Er hat sein Scharfschöpfen getötet Geschöpfen? Was? Er hat ein Geschütz auf den Schöpfen Im Haus Im Haus Im Haus Im Haus Im Haus Hinter dir? Auf Ehre drauf Auf Ehre drauf Ur ehrenlos Da kommt einer Kommt jetzt Ja ich sehe ich ihn genau Das ist ein Geschütz Ich muss euch schlägt ihn nicht Wenn's nicht Ich renne in die falsche Richtung Der wird auf einem Schießen Oder auch nicht Der schießt wieder bei anders Ich rennen Da ist doch gerade Wins Gebäude hinrennt Die Fenster schießt uns aus, sind die Wichser. Kommst du hin, dass du mich kaufst? Wahrscheinlich komm. Das heißt noch lange nicht, dass schon wieder einer ist. Der hat so gut auf mich umgezwickt, der im Haus. Es ist so, Alter, ich habe jetzt einen Hake an. Nein, einen Hake nicht. Er ist einfach umgegangen, weil er gesehen hat, ob er sich her schießt. Also die haben auf die verächtigste FFG gewartet. Er hat sich heute eingesetzt zu werden. Es ist keiner mehr zum Kennenplan. Bereit machen Sie. Der letzte Einsatz geht gleich los. Bringt es schnell zu Ende. Verbündete Ausrüstungslieferung unterwegs. Nichts. Ja. Ja. Feindliche Drohne über uns! Das Gras breitet sich aus! Da brauche ich gar nichts drunter, man zählt die Drohne, ja? Ja. Ah, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Oh, ich weiß nicht. Das ist nicht so. Oh, ich weiß nicht. Das ist nicht so. 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 Ich weiß nicht, was du wusst. Das ist nicht so. Okay.